So, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video, nämlich werde ich jetzt gleich meine Rewards ziehen, würde sagen wir legen auch direkt los, ziehen direkte für Champions Rewards, wie gesagt, dieses Video entsteht wieder im Livestream, also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal jemanden im Chat grüßen sollte, oder ansprechen sollte, ja, gehen wir direkt los für Champions, auf geht's, so, habe ich Gold 2 geholt, leider nur Gold 2, hätte besser sein können, ja, wie gesagt, hätte easy besser sein können, würde ich sagen, gehen wir zurück, da wieder, ich grüße deine Mutter, auf jeden Fall, moin Purple, wie geht's dir, Neymar, auf jeden Fall, komm Leute, wir ziehen jetzt, heftigen Player Pick, auf geht's, 3, 2, 1, let's go. Ja, oh, 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 shit, wenn jeder, das ist, ja, das ist schon, ja, also, Illichitsch würde ich jetzt eher nicht so nehmen, glaube ich, wie groß ist der, 1,82, 1,90, ich glaube, eher Werner als Supersub, ja, mit Aussagen, Werner als Supersub, easy Werner, nice Leute, sehr nice, Digga, sehr, 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 sehr nice, und der nächste, Digga, ich bin, ich bin zufrieden, ganz ehrlich, ist okay, ja, oh, Kollarov, der 31er, ich schwöreste, der verfolgt mich, ey, nice, Digga, richtig nice, Patrizio werde ich eher nicht spielen, also nehmen wir Kollarov wieder, sehr nice, Schade, Benni, der ist jetzt leider nicht geworden, aber Player Picks, bin ich wieder zufrieden, 2,86er, wie letzte Woche, sehr nice, okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Packs, Kuss, ey, wir haben heute sehr, sehr viel Packs am Start, Leute, dann würde ich sagen, legen wir direkt los, erstes Pack, let's go, So, so, Dragon noch, nee, noch nicht geöffnet, Dragon sind noch dabei zu öffnen, okay, direkt Leinwand, Kuss, direkt Leinwand, leider kein Walkout, aber es ist, ähm, Hamzik, ne, jawohl, erstes Pack, direkt Leinwand, Hamzik, Huge, wenn du das Video siehst, Grüße gehen an dich raus, Davide wollte, dass ich dich grüße, sehr nice, sehr nice, ähm, würde ich alles gerade mal in den Verein nehmen, genau, ganz easy, wir brauchen jeden Spieler, wie gesagt, Leute, später wird noch ein Video online kommen, wo ich ein Pack-Experiment mache, darauf könnt ihr auch gespannt sein, das wird richtig geil, so, Werner ist krass auf jeden Fall, Werner, noch eine Leinwand, Werner ist sehr nice, bin zufrieden, Leinwand, Walkout, Walkout, Baselien, ist es, nee, Icon ist es nicht, Alisson, ah, Ederson, wieder ein Torwart, Ah, okay, ich hab so meine Torwörter, ja, meine Walkout sind immer Torhüter, Neymar, ja, schade, das ist leider nicht Neymar, aber Walkout sehr, sehr stark, so, schon mal sehr gut, Ja, sehr nice, sehr nice, sehr nice Pack, sehr nice Pack, viele 83er, sehr nice, sehr gut, Schade, komm, Leute, ich hab das Gefühl, im Urin, dass heute Neymar noch kommt, direkt nächstes Pack, let's go, Diesmal keine Leinwand, nee, bei 50, 50 Karte, leider keine Leinwand, GG, küsst, Leute, erst mal alle ein Like da, Ja, was ist das, Gold Pack, stabil, können wir dann später öffnen, so, jetzt hole ich noch meine ganzen Division Rivals Belohnungen, Leute, Dort werde ich nämlich die Untauschbaren nehmen, weil ich später natürlich ein Pack Experiment machen werde, genau, das ist das Richtige, Dort habe ich gestern noch, ähm, Gang 1, das spielt für euch, damit wir noch bessere Belohnungen haben, jetzt haben wir neun Packs, zu krank, Also, ich werde jetzt nur die guten ziehen, ähm, so, genau, direkt los, auf geht's, Das Video wird auch natürlich jetzt ein bisschen länger, glaube ich, so gute 12, 13 Minuten, aber geht ja eigentlich fit, Direkt erstes Pack, leider nichts drin, skippen wir, Achso, das war ein 25 Karte, okay, dann habe ich mich vertauscht, sorry, war es ein 25 Karte vorhin, Ah, leider untauschbar, egal, äh, weiter, was für ein Pack Experiment, ah, das wird ne Überraschung, das werdet ihr später sehen, Das wird ne richtig geile, ein richtig geiles Video, dafür gebe ich mir richtig viel Liebe, Ah, wieder, ah, wieder kein Leinwand, schade, okay, ja, 15 Karte, kann man nicht so viel erwarten, muss man ehrlich sein, So, Delelefeu, nice, nehmen wir mit, Komm, öffnen wir mal, ein seltenes Spielerpack, aus geht's, komm, Wir müssen was ziehen, Moin Tiki, Kaiot, hab aus dem Pack, was du gerade siehst, heute Mbappé und Koulibaly gezogen, Hey, nice, Digga, sehr nice, ich glaube, das ist in Form, normal, Ne, doch nicht, Philippe, ja, kann man zufrieden sein, 84er, nice, auf jeden Fall, Moin an dich, Mau, braun, moin an dich, Mots, also Tofu, Sehr nice, wieder High-Rated, zwei Stück, und noch ein, äh, Kovacic, Sehr nice, Hype, Leute, Hashtag Packlack, ja, komm, Hashtag Packlack, Leute, wir müssen noch was ziehen, Komm, Leinwand, Ja, Mann, Leinwand, komm, noch ein Walkout, Walkout aus 15k Pack, let's go, Italien, nein, Oh, Verratti, Oh mein Gott, Zweiter Walkout, aber, Ey, der Video, die kann ich gleich vorlesen, Wieder, nächster Walkout, Walkout Party ist am Start, aber, Verratti ist nicht so mein Walkout, Ist nicht so mein Walkout, Den habe ich schon zum dritten Mal in diesen FIFA gezogen, Wirklich, zum dritten Mal, Nices Wappen, Hä, sieht echt nice aus, Oh, Leute, Leute, gerade kein Packlack am Start, Komm, nächstes Pack, Auf geht's, komm, Wenn wir noch ein, äh, zwei Schritte ziehen würden, Perfekt, Digga, Ich wäre absolut zufrieden, Ah, da ist nix, Na, komm, skippen wir, So, Leute, Das wird auf jeden Fall was, Moin, Laureen, let's go, Wie geht's dir, Laureen? Konate, Man, nee, So, Ja, Mann, Mau, Bra, ich hab's gesehen, Easy, Ich hab auch Werner als roten Player Pick gezogen, Gerade, Leute, Kurz, komm, Leinwand, Gebt Leinwand, Na, 35k Pack oder so, Keine Leinwand, Tut weh, Tut weh, Komm, egal, Nix ist, Komm, Diese Rewards müssen krank werden, Auf geht's, Also, Sie sind schon krank, Nach meiner Weise sind sie schon mega krank, Noch zwei gute Packs, EA, Pack Anlag, Ah, ja, Digga, Komm, Leinwand, Nein, Komm, Wenigstens noch eine Leinwand, Also, Zwei Walkouts, Heftig, Wichtig, Zwei Walkouts, Sehr, Sehr, Wichtig, Ah, Kann ich nur, Den speichern, Müssen wir abstoßen, So, Moin Leon, Wie geht's dir, Komm, Letztes 35k Pack und dann, Haben wir schon fast alles durchgezogen, Die anderen zwei sind gar nicht so gut, Also, Ja, Schade, Leider kein Schlitz mehr, Schade, Also, Leute, Das, Sollte es jetzt auch gewesen sein, Mit meinem Rewards, Das war's, Leider am Ende nichts mehr gezogen, Aber, Zwei Walkouts, Und, Schon ein paar Leinwände, Völlig okay, Finde ich, Also, Würde ich sagen, Leute, Danke, Fürs Zuschauen, Lasst noch gerne eine kleine Bewertung da, Das würde mich sehr freuen, Haut rein, War ein geiles Video, Ciao, Mal.